hallo hallo freunde herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu einem neuen video projekt alpenhof so wir haben wir haben es mittlerweile april im schnee habe ich so gut es ging beseitigt und dann die schneefräse wieder zurückgegeben und nun sind wir wieder in einem monat wo wir wieder arbeit haben sogar sehr viel arbeit so freunde das erste was wir jetzt mal machen werden ist mal den anderen traktor zu schnappen und auf den mal das mähwerk rauchtun das mähwerk dann mal ankoppeln so freunde ganz kleinen moment ich habe nämlich was vergessen ich habe jetzt kurz keinen gamesound aber ich musste ich muss den gamesound noch etwas lauter stellen bin ich bei den letzten videos mich drauf gekommen dass der etwas zu leise ist das müsste jetzt eigentlich reichen jawohl dass wir da mal eine eine ausfahrt haben so Untertitelung des ZDF, 2020 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 so dazu müssen wir wieder mal eine palette mit erdbeeren wegräumen wieder irgendwie im weg herum steht so Ja und natürlich noch keine, eh ganz klar, wäre ja nicht so gewesen. Und gleich noch eine, na wunderbar, das wird einmal zu unseren Tomaten kommen, die wir eigentlich haben wollen. Und gleich noch eine, naja, naja. Ja wohl, jetzt haben wir aber, jetzt haben wir aber unsere Tomaten. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die erste Ladewagenfüllung geht in unser Silo für die Schäfchen. Vielen Dank. 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 , 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 ,, , , , , , , , ,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, 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 ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,. ,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, Ja,,,,,, ,, Wabatschi und wünsche euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.